Also wenn Stevie rechts lang fährt, fahr ich mal längs lang. Ich hab erstmal schön die Mitte genommen. Jo, dann fahr nicht weg, ich muss wissen, wo man langfahren muss. Ich weiß es auch nicht so genau. Alter, Starkback nach dem Start? Ja gut, das hast du richtig gemacht gerade, das weiß ich.